Was ist der eigentliche Grund? Gibt es denn jemanden, der die KJ1 gebaut hat? Keine Ahnung, da bin ich aus Magdeburg. In Magdeburg gibt es nicht so viele, da gibt es die Krakauer, da gibt es uns, das ist auch schon. Vielleicht der eine oder andere privat noch, aber viel mehr gibt es auch gar nicht mehr. Ja, aber heutzutage in Frage der Zeit. Der Zeit und dann auch des Delves, das dürfen wir auch nicht vergessen, weil sowas ist ja auch nicht gerade billig. Gerade auch heutzutage ist es ja nicht möglich.